Was ist COS? Was macht COS besonders? Schauen wir uns doch einfach mal den Coin genauer an. Herzlich willkommen zur Crypto Academy. Mein Name ist Andreas May und ich stelle dir heute den Coin COS vor. COS steht für Crypto One Stop Solution Platform und ist aktuell noch in der Beta Phase. Hat einen Total Supply von 90 Millionen. Auf CoinMarketCap ist nach meiner Recherche nach der Total Supply falsch angegeben. Da steht er gleich mit 200 Millionen drin und tatsächlich ist er aber nur 90 Millionen. Was ist COS nun? Was macht COS eigentlich so besonders und was ist die Idee hinter COS? Wenn du COS zum ersten Mal hörst, kannst du auch mal auf die Webseite gehen, COS.io und kannst mal ein bisschen nachschauen, was ich dir jetzt dazu erzähle. COS möchte nämlich eine Handelsplattform sein, die es der breiten Masse ermöglicht, alles aus einer Hand abzufertigen und mit Kryptowährungen zu handeln. Das soll eigentlich Menschen helfen, die jetzt nicht so ein großes technisches Verständnis haben. Ganz einfach und benutzerfreundlich eben zum einen Fiat in Bitcoins umzutauschen, auf derselben Plattform zu handeln. Dann kannst du dort auch noch ICOs, also in ICOs investieren. Du hast der Art CoinMarketCap auf der gleichen Seite und eben, dass noch ein Gateway installiert wird. Das bedeutet ganz einfach, dass ganz viele Shops die Möglichkeit haben, direkt Kryptowährungen über ein COS Plugin für ihren Shop zu installieren. Und dann kannst du ganz normal mit Kryptowährungen, ja dort bezahlen. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dash, ARK, Lisk, Litecoin. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und Kosten natürlich. Mit diesen Coins kannst du dann direkt bezahlen. Das wird dann der Preis eben für den Shop umgerechnet und du bezahlst in Kryptowährungen. Das vereinfacht das Ganze natürlich enorm mit der Implementierung von Kryptowährungen. Es gibt außerdem noch eine Sparte Proof of Development. Das bedeutet ganz einfach, wenn du jetzt ein Projekt hast mit einem Coin oder irgendwas im Bereich der Kryptowährungen und du suchst einen Entwickler, dann hast du die Möglichkeit in der Sektion auf COS.IO, also in der Proof of Development Sektion, einen Entwickler zu finden, der vorher von COS eingehend geprüft wurde, ja. Also da schauen wir danach, okay, welche Projekte hat er denn tatsächlich schon gemacht, stimmt dem sein Lebenslauf auch und die zertifizieren dann eben diesen Entwickler. Finde ich eine coole Sache, gibt es so meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich halt in einer Plattform mit mehreren verschiedenen Dingen eben, also wie Kryptowährungen Handel, dann findest du auch noch gleich jemanden, der in dem Projekt mitarbeiten kann, ICOs, ja, sind alles so Dinge, die stark vereinfacht eben in einer Plattform vorhanden sein sollen, damit du alles aus einer Hand hast. Das ist so, ja, das große Ziel von COS. Ja, kommen wir nochmal zu dem USP, wie ich denn so sehe. Zum einen ist es jetzt kein USP, es gibt es auf anderen Plattformen auch, aber es ist so, dass du 50% der Trading Fees, also der Transaktions Fees bekommst, wenn du COS auf der Plattform in der Wallet lagerst. Ja, das bedeutet einfach, dass du, ja, passiv Einnahmen generierst, wenn du COS Coins auf der Plattform hältst. Und je mehr gehandelt wird, desto mehr, ja, Coins bekommst du, desto mehr profitierst du eben, ganz einfach. Aktuell fokussiert sich COS noch auf die weniger bekannten Kryptowährungen, ja, dass die kleineren Kryptowährungen auch Chancen haben, ja, sich da zu etablieren und dass du eben auch die Chance hast, schon auf dieser Plattform Coins zu handeln, die du auf anderen Plattformen noch nicht handeln kannst. Für mich ist der USP ganz klar von der Seite zu sehen, dass du eben wirklich alles aus einer Hand hast. Also, wenn ich das jetzt nochmal aufzähle, dann ist es eben, dass du direkt deine Fiat-Währung in Bitcoin umtauschen kannst. Du kannst direkt handeln, du kannst in der ICO finanzieren, du hast die Möglichkeit, es soll noch, ja, eine Extrasparte aufgemacht werden für Crowdfunding, ja, dass du in Projekte noch investieren kannst, die dich investieren, wie die ganzen Crowdfunding-Plattformen, zum Beispiel Kickstarter und sowas. Dann hast du noch die Möglichkeit eben, ja, über den Payment-Gateway, dass die Shops ganz einfach die Kryptowährungen leichter implementieren und somit hast du natürlich die Chance halt mit Lisk und Kost und Dash und Ethereum und so weiter alles ja direkt zu bezahlen, ohne dass du es wieder umtauschen musst. Und es gibt noch die Sektion jetzt dann halt eben für Business-Menschen, dass die für ihre Projekte zertifizierte Mitarbeiter finden können. Und das eben alles aus einer Hand, alles auf einer Plattform. Und da sehe ich halt schon einen riesen Vorteil und meiner Meinung nach bisher Alleinstellungsmerkmal. Mir fällt keine andere Plattform ein, die das so in diesem Umfang anbieten möchte. Gibt es ein funktionierendes System? Ja, die Kost.io-Plattform ist schon online. Also man kann da schon lange handeln, verschiedene Währungen, bekannte und auch weniger bekannte Plattformen. Das Handelsvolumen ist aktuell, glaube ich, eine Million pro 24 Stunden. Das variiert natürlich immer ein bisschen. Und Kost ist auf Platz 56 der Plattform mit dem meisten Volumen. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber wie gesagt, Kost befindet sich in der Beta-Phase und betreibt aktuell noch gar kein Marketing. Die sagen, also das konnte ich im Slack nachlesen, die sagen eben ganz einfach, vielleicht war es auch in Twitter, bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall sagen die auf jeden Fall, wenn wir soweit sind, dass sie sagen, okay, die Plattform, die ist jetzt super, die passt so, wie wir es haben wollen, dann beginnen wir mit Marketing und bis dahin, ja, machen wir eben noch nichts in der Richtung. Finde ich auch gut, die wollen ein funktionierendes Produkt. Ich hoffe, die warten nicht ganz so lange mit Marketing, dass der Coin auch noch ein bisschen schneller oder beziehungsweise die Plattform auch noch ein bisschen schneller bekannt wird. Das Team besteht aus 12 Mitgliedern und 11 Advisern im Advisor Board. Ja, die sind verstreut in der ganzen Welt, die Advisor, und das Team ist ansässig in Singapur und Rumänien. Die sind auch sehr hilfsbereit im Slack, also wenn man da Fragen hat, dann helfen die einem gerne weiter und beantworten die zur vollsten Zufriedenheit. Ja, kommen wir zu den Partnerschaften. Gibt es denn da eigentlich auch schon Partnerschaften? Ja, die gibt es, da gibt es eine Handvoll, zum Beispiel ARC und Civic, kann man alles nochmal auf Kost.io nachlesen. Jetzt haben wir die Partnerschaften angeschaut und die Vorteile und den USP, jetzt sollten wir vielleicht auch mal die Schwächen beleuchten, meine Meinung nach sind die Schwächen in der Richtung anzusehen, dass Kost noch in der frühen Beta-Phase ist. Ja, also die wurden, glaube ich, 2016 gegründet und befinden sich jetzt noch in der aktuell frühen Phase. Es ist noch nicht so ganz so benutzerfreundlich gestaltet, wie es sein soll oder wie der Plan ist. Also ich finde es noch nicht so übersichtlich, dass ich jetzt sagen würde, okay, ein totaler Anfänger kommt da sofort mit klar, also nicht so intuitiv. Da muss noch viel gemacht werden und natürlich kann in der frühen Phase natürlich auch noch viel schief gehen. Sie haben viele Projekte, die sie da anschieben möchten und ich hoffe, dass sie da nicht zu viel auf einmal machen. Ja, also wenn da zu viel rumgewurschtelt wird, dann kann da auch was schief gehen. Also die möchten so viel auf der Plattform eben implementieren und das halt auch immer zeitgleich oder ja nicht ganz zeitgleich, aber arbeiten schon immer Stück für Stück an den verschiedenen Sektionen. Und da kann meiner Meinung nach auch vielleicht der Fokus verloren gehen oder eben was schief gehen in der frühen Phase, was ich jetzt nicht hoffe. Ansonsten ist ja das erste Quartal 2018 sehr, sehr interessant. Das sind wohl einige Meilensteine angesetzt von COS, die da eben erreicht werden sollen. Werden diese Meilensteine erreicht, dann sieht es sehr gut aus für den Kurs des Coins, würde ich sagen. Der COS-Coin liegt aktuell bei 0,056 US-Dollar, also wenn die nur auf einen Dollar hochgehen oder einen Euro 60er, wie es jetzt zum Beispiel Binance ist, dann hat COS schon viel geschafft und es ist halt noch ein guter Einstiegspunkt, würde ich sagen, für jeden, der nach einem potenziellen Coin sucht wie COS. Ich bin auf jeden Fall drin, was du machst, ist dir überlassen, das ist kein finanzieller Ratschlag. Ich wollte dir hier mal nur noch einen ganz, ganz potenziellen Coin, eines meiner Lieblingscoins, ja, vorstellen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass doch einen Daumen da, falls nicht, dann lass auch einen Daumen nach unten da oder eben nach oben, falls dir das gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bist. Hier wird jetzt auch gleich noch ein neues Video eingeblendet, was du dir anschauen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Investieren und ja, natürlich erfolgreiche Tradings. Mach's gut, bis bald. Ciao.